Servus liebe Leute, ich bin's der Moritz auf der IWA 2019 am Stand von iWholesale.com, ein Großhändler für den Bereich Airsoft und warum das gerade mein Herz extrem erheitert, zeige ich euch jetzt. Mini Gatling Gun, Full-Size Gatling Gun, bedeutend schwerer als das Modell, was ich gerade hatte, aber hey, zum Flexen ordentlich, ist, ey, extrem schwer, wiegt bestimmt, wiegt bestimmt 15 Kilo, bleib dran, bleib dran. Die Alien-Knarre der Space Marines, muss ich eigentlich haben nur, um das irgendwie ins Büro zu hängen. Halo Battle Rifle meine ich, hat sogar das Licht, die LED-Schussanzeige. Wo ist das her? Keine Ahnung, das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht würde diese Waffe ein Geräusch machen, das sich gar nicht nach einer Waffe anhört. Egal, warte, gib mir! Was denn? Was denn? Muzzle mal! A12, bekannt aus Expendables. Also A12, super. KELTEK! KELTEK! Flo Redy Media.